So, ich will mal probieren, ob das so geht, lassen wir es hören. Ich stehe also, wie Gott hat sich gesagt, mitten auf dem Markt und drehe mich einmal herum. Jetzt gucken wir in Richtung Löwen Apotheke. Jetzt kommt die Bratthausensicht. Ich weiß nicht, ob das so geht. Es ist jetzt an der Uhr. Fünf Minuten vor um acht. Herr Willemann. Da vorne die Türksbank. Die Nachsbank. Jetzt kommt die Barbara. Oder die Hutschmann. Noch ein Spiegel im Hinterklassen. Haltrecken auch noch. Das war eine Runde. Wie wir sehen. Wirklich schnickblöse. Das war eine Runde.